Ihr Lieben, ich habe heute wieder dieses schöne Album dabei von der sechsten Klasse der Mittelschule in Tittling. Die haben mir in diesem Album Fragen gestellt und heute habe ich eine ganz besondere Frage, weil die an mich persönlich geht. Ich heiße ja Stefan und die Lina fragt, ihr Namenspatron ist Stephanus. Verehren Sie diesen Heiligen und welche Bedeutung hat unser Namenspatron für unser Leben. So schaut die Seite aus, die von der Lina gestaltet wurde und hier auf dieser Seite stehen gleich ein paar Bibelworte über den Stephanus. Da steht zum Beispiel, er war voll Gnade und Kraft. Er war von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Und der Stephanus ist für mich deswegen so besonders auch, weil er der erste Märtyrer der Christenheit war, der gestorben ist, quasi wie Jesus gestorben ist. Ein Märtyrer ist einer, der sein Leben gibt für seinen Glauben. Und Stephanus war der Erste. Er ist gesteinigt worden. Sie haben ihn umgebracht, weil er so intensiv, so kraftvoll von Jesus erzählt hat und es wollten viele nicht hören. Also voller Geist, voller Weisheit. Und dann heißt es auch noch, dass er im Sterben gebetet hat, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das heißt, er ist gestorben wie Jesus, der auch noch im Sterben am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen diese Sünde. Und genau so betet Stephanus. Ein ganz besonderer Mann. Und ich verehre ihn auch deswegen, weil ich glaube, dass er ein Fürsprecher für mich ist. Er ist ganz nah bei Gott und er weiß ganz genau, wie menschliches Leben ist, auch wenn man in Bedrängnis ist und unter Druck ist, wenn man den Glauben bezeugen soll. Und er war so tief da drin, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Ich glaube, dass er mir hilft, näher zu Gott zu finden, auch mein Fürsprecher und für viele andere Fürsprecher ist und dass er mir auch hilft, im Glauben zu wachsen. Ich erinnere mich an meinen ersten Beichtvater, der am Anfang meines Ordenslebens immer wieder gesagt hat, am Ende jeder beichte und vergiss nicht, wie du heißt. Und da bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich genau weiß, er wollte mich daran erinnern, dass ich auch ein Zeuge Jesu sein soll. Und zwar auch unerschrocken und ohne Angst und in großer Freiheit. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal lerne, die innere Bereitschaft zu haben, wirklich für Jesus mein Leben zu geben, für dieses Zeugnis. Und darin hilft mir der Stephanus auch. Für jeden anderen ist der Namenspatron, kann er so ähnlich bedeutsam werden. Stell dir einfach vor, da ist jemand, der auch auf dich aufpasst, weil du seinen Namen trägst und der für dich bei Gott eintritt. Danke für diese Frage, Lina und alles Gute für dich mit deiner Namenspatronin.